Wer von diesen dreien ist eigentlich Arnold Schwarzenegger? Jason Rulo und damit schönen Abend aus meinem Studio. 68 Seiten Papier. Das ist das Ergebnis des EU-Gipfels. Aber kennt sich da noch irgendwer aus? Atommüll. Kennt keine Staatsgrenzen. Dem ist es wurscht, ob Deutschland hier aufhört und Österreich hier anfängt. Der strahlt einfach rüber. Über fünf Millionen Österreicher spielen Videospiele. Hey ihr Hustler, ich küsse eure Augen. Beritten und umstritten. Wie geht's eigentlich Elton John? 34 Tage verschollen im Dschungel. Dusche und Klo gibt's da keine, sondern... Nur so ein Kübel. Eine Theorie gibt's aber. Es könnte was mit den Waldbränden zu tun haben. Und auch wir suchen mit. Gleich im Kaffeepuls-Magazin nach... Genau, einer gefühlvollen, herzerwärmenden Pause an diesem Tag der Liebe. Wir kommen jetzt zu dieser Geschichte. Wenn der Hintern bei 50.000 Euro Sitzbänken wehtut. Hart aber wahr. Stabiler Beitrag. Du magst die Pinguine, gell? Aber ich kann die Füchse auch verstehen. Nein! Ich würde die Vögel auch fressen. Nein! Wo Basebook-Nate. Bine. runt God þt. Bis zum nächsten Mal.